Spielen Sie gerne? Ich dachte immer, Handwerker, die haben so geschickte Hände. Hab ich auch. Ah! Oh Gott! Bisch, pass auf! Das hätte genauso gut schief gehen können. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Was? Haschig! Ach, Küken! Ach, die gibt's so eine Kleine Küken! Aua! Sag mal, wo steckst du eigentlich? Ruf dich schon eine Ewigkeit! Sag mal, was machst du denn? Komm, schmeiß deine Klamotten auf. Lassen Sie das, das habe ich selber schon versucht. Seien Sie doch nicht so bürgerlich, Mensch. Dann die Gider übertreibt mich immer. Nehmen Sie meinen Wagen, der ist der Schnellste. Ja, Herr Herbert, oder wie Sie heißen, melden Sie sich. Bitte, verdammt doch mal. Melden! Tillmann! Tillmann! Du musst mal helfen! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, das traust du mir nicht zu! Nein, du musst es schon sehen. Du packst jetzt deine Sachen und wir hauen ab in den Süden. Ja, ich bin so schön. Ja, ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Untertitelung des ZDF, 2020